Charlie live. Hey, hier ist Charlie. Ich stecke ihn jetzt in meine Jackentasche und gleich geht's los. Gut festhalten, Mädels. Jungs! Schein! Nein! Schein! Danke für die Liebe. Charlie, gut festhalten. Ich bin vom Schlitten geflogen. Okay, das solltet ihr wirklich nicht zu Hause nachmachen, Crash. Es ist echt gefährlich. Das ist fast voller Bärchen auf dem Weg. Ah! Scheiße! Scheiße! Ah! 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 Das ist Teil 5 und das ist gruselig. Ich würde euch den Filmteil 4 anzugucken. Geil. Ah! Hey! Let me know. Ah! Ah! Gleich geht's los. Gleich. Ah! Hey! Geh mal ein bisschen vor. Bisschen. Hey! Hey! Ah! Charlie! Charlie! Ich hab dich. Ich hab dich, Charlie. Wechsel. Was? Das war Wechsel. Ja, okay. Kleine Pause. Trinkpause und gleich geht's weiter. Also, hey, Entschuldigung, dass es jetzt so dunkel ist. Wir machen weiter. Also, ich krieg eh Ärger, wenn Charlie runterfliegt. Wuhu! Macht euch keine Sorgen um Charlie. Dem geht's gut. Guckt. Charlie. Wenn ihr an der Straßenlaterne hier vorbeikommt, wird's immer hell. Sonst nicht. Wuhu! Wuhu! Bip, bip, hallo! Hallo, Leute! Hier ist Charlie. Ihr seht mich nicht. Guckt. Wir will uns. Wir will uns. Wir will uns. Wir will uns. Ja, hier ist wieder Charlie. Wuhu! Hier ist wieder Charlie. Nur für euch. Hallo, viel Spaß bei der Schlettenfahrt. Wuhu! Ja! Hier. Wow! Viel Spaß bei der Schlettenfahrt. Es wird immer gruseliger. Es wird immer gruseliger. Ja, da hat seine Cousine Chiara nicht unrecht. Aaaaaah! Ja! Wuhu! Ungleich war ich hier. Wuhu! Achtung! Zimmer am besten. Ja. Wow! Aaaaaah! Nein! Einmal jetzt. Ja, und dann ist meine Cousine Chiara nochmal dran. Ja! Also Chiara, du bist nochmal dran. Ja. Warte kurz mal. Minuten. Ja, es geht für mich weiter. Aaaaaah! Wundert euch bitte nicht. Wenn. Stopp mal kurz, Leo! Stopp! Na nee, warte. Ich will mich anders hinsetzen. Darf ich mich wenigstens anders hinsetzen? Oder ich setze mich gerade anders hin? Ähm, ich sag dann mal rein. Okay. Ich gehe! Ich gehe mal rein. Ja. Scheiße, gleich geht es für mich ab. Und ich schlafe! Aaaaaah! Ja, nein. Ich habe mich nicht an Charlie geklammert. Wünscht mir viel Glück! Charlie? Hast du gefronzt? Entschuldigung. Es geht los! Okay. Halt dich fest. Aaaaaah! Doch nicht gegen eine dumme... Oh, da ist was. Da, guck mal. Was ist das? Einmal seicht. Mach es. Hebe ihn mal auf und leg ihn auf die Veranda. Jetzt versucht sie mich hoffentlich gegen die Kiste zu crashen. Das war... Du warst von Kindergartenzeit. Jaaaaaah! 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 Okay? Der ist mir nicht böse. Vor allem nicht. Mein Arsch will tot. Da lacht sie sich bloß tot. Ach so. Du sollst es ein bisschen nach hinten führen. Gleich warte. Äh, Jeffy? Ja. Ich hoffe... Geht mal kurz runter. Geht so viel wie ich nicht. Ja, wünscht mir viel Glück. Ihr könnt gerne auf den Pfosten achten. Aaaaaah! Scheiße! Wie viele Runden gibt's, Jeff? Aaaaaah! Ich dachte, ich bin voll. Wir hätten lieber kriegen die Kiste kaputt. Und nachher bist du dran. Dann spielen wir noch einen Crash. Und fetten... Aaaaaah! Das war's. Ciao!